Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Agrarian Skybox 2, gespielt auf dem FTP-Server. So, ich habe einen Shader gefunden, der schön ist. Ich kann noch sehen, was man abbaut. Das ist toll. Es ist so schön. Ich weiß auch gar nicht, wo wir waren. Ich weiß nicht, ich sterbe gleich, aber ich habe aus dem Queen Pot die hergeholt. Na ja. Immerhin. Ach, ich kann ja auch essen. So. Genau, wir haben eine Quest geschafft gehabt, nämlich das hier. Ein Workshop-Table. Ja, ist klar. Ok. Nein. Ein super Crafting Frame. Aha. Hab ich auch nichts vorgehört. Item Frame. Super Void Frame. Kann man dann ok. Das ist natürlich cool. Ja. Da kriege ich Kürbiskuchen und Eisenbahn. Ja. Das könnte ich Kürbiskuchen, weil ich es nicht mehr in der Perle habe. Ja. wir machen hiermit weiter und dann durch den bruchstein machen eine stufe fichtenholz nehmen sechs mal viel ist doch schon mal gut mich geht natürlich der platz aus das heißt ich werde jetzt auf jeden fall anbauen müssen und umbauen und so ja da hoch es ist echt dumm wie du mit dem shido Aber was geht bei diesem Zombie denn? Falls ich echt schon wieder... Oh manche so stark und manche voll schwach... Jetzt kommt er wieder... Hier nichts passiert da kann er mit der Handschuh nur abbauen... Und dann kommt er wieder... Und dann kommt er wieder... Und dann kommt er wieder... Ein bisschen aufräumen hier. Ein bisschen aufräumen. 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 Ich könnte ein Gehirn kurz essen. Und die Infizieren hier auch noch schön weiter wieder. Ein bisschen aufräumen hier. Ja, schon wieder hoch. Super. Ja, was will ich dazu sagen? Ich habe einfach nichts zu essen. Okay. 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 Wir machen noch das mit Können hier hin. Und werden die schön durchsieben, herbenbekommen. und Steine. Steine nennen wir. Steine. Hochstein. Ja, Quest abgeschlossen. So, Rainmaker haben wir. Er schafft ein Schwein oder ein Rainmaker? Ach ne, wir kriegen beides. Okay. Ja. Es wird doch. Rainmaker werden wir auch nochmal gebrauchen. Irgendwann. Für Wasser. Jetzt wird mal gestorben. Jetzt haben wir auch genügend. So, und jetzt interessiert es mich. Kann ich mir jetzt. Damit. Damit. Äh, kann ich nicht. Okay. Wieso kann ich das nicht? Das ist doch, das ist doch, äh. Hä? Wieso kann ich das nicht? Also ich hab doch auch hier diese komischen Feuersteine. Ich hab jetzt voll meine Materialien. Ich hab entweder Bausteine. Also ich kann, komischerweise, kann nicht viel Werkzeug verwendet werden. Nur für Gussformen. Guck mal, Bruchstein. Das geht. Aber ich hab ja so einen Senzenkopf. Gebt nicht, oder was? Ich verstehe es einfach nicht. Skyfarbe. Ach so, oder gibt's das hier gar nicht? Korps. Okay, aber. Genau. Was ist das? Oh. Gießkelle. Wo denn hängt? Rake. Aha. Zaun und Stopp. Zaun und Stopp. Zaun und Stopp. Das, äh, das. Das, äh, das. Das gibt man. Das gibt mir das. Wie willst du mir jetzt sagen? Hm? Kann ich mir sagen, dass es dunkel wird? Naja, es wird wieder dunkel. Was haben wir das so gekriegt? Mushrooms. Seed Analysierer. Okay. Das wird eher schwierig. Papier. Ja. Okay. Aber es ist auch schon wieder so weit. Also falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen um da. Wenn ich dann nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.